Hallo ihr Lieben! Ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute einen Mini Bull Terrier auf Wunsch von Labrador Blondie. Also ein Mädchen das eines meiner Videos kommentiert hat. Ich glaube einen der Hunde Videos. Und sie hat sich gewünscht dass ich einen Mini Bull Terrier zeichne. Und das mache ich jetzt gerade. Ich wusste am Anfang nicht was ein Mini Bull Terrier ist. Also wie der aussieht tut mir leid. Also ich muss die Rassen wirklich erstmal googeln und mich informieren wie die so aussehen. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Und jetzt versuche ich so einen Mini Bull Terrier zu zeichnen. Das Witzige an diesem Mini Bull Terrier ist dass sie eine total süße Nase hat. die oft schwarze Flecken hat, wie ein Herz. Fand ich sehr niedlich. Müsst ihr mal googeln. Gibt es oft solche Fotos. Und da habe ich mir auch gedacht, oh, sowas finde ich so süß. Da muss ich selbst so ein Näschen machen, das wie ein Herz aussieht. Also wirklich so schwarze Flecken. Und was mir auch gefallen hat, ist ihm, also in diesem Fall bei meinem Hund, muss ich erst mal die Augen machen, dass er teilweise wirklich sehr hübsch gefleckt ist und zum Beispiel auch solche Flecken hat über dem Auge. Und da möchte ich zum ersten Mal so einen süßen Einfleckhund machen. Mal gucken. Also später können wir das gerne vollenden. Jetzt gehe ich weiter. Also ich mache natürlich diesen Hund süßer. Das Besondere an diesem Hund ist, dass er eine Schnauze hat, die sehr, ja, ich würde sagen, spitz zuläuft. Und weil er von der Seite so streng aussieht, würde ich sagen, also er ist zwar sehr hübsch, aber ein bisschen streng sieht er aus, habe ich mich entschieden, ihn von der Seite zu, äh, von vorne zu zeichnen, aber trotzdem diesen Charakter zu behalten. Und natürlich, wie ihr bereits wisst, mache ich am liebsten so Tierbabys, also so süß, küt, ganz niedliche Tierchen. Und deswegen habe ich jetzt erst mal mich für diese Variante so entschieden. Also hier, ähm, irgendwo machen wir auch diese, diese Flecken, äh, können mal ein weißer dazwischen sein, die Pfoten unten könnten wir, also die ist jetzt ein bisschen noch, ähm, zu dünn. Also ihr seht, ich mache die Vorzeichnung sehr vorsichtig. Das, das kann ich später ein bisschen besser ausarbeiten, wenn ich, äh, schraffiere, also koloriere. Aber, und, und hier drüber mache ich das jetzt ein bisschen fester, aber nicht zu viel, weil wir immer noch so die Zeit haben, um uns, ähm, zu nähern, an die Zeichnung zu nähern. Also wir machen jetzt hier die Nase und die Schnauze rundherum ganz fein in rosa, das ist typisch für diesen Hund. Auch ein bisschen um die Augen und die Ohren, die finde ich auch sehr niedlich. Da mache ich das auch so rosa. rosa und, äh, gefleckt schwarz. Das, das, werden wir dann sehen, wie das aussieht. Ich hoffe gut natürlich. Und hier, den Mund ein bisschen, ja, der guckt so ein bisschen süß-traurig, aber das finde ich ja gerade an so Hunden sehr niedlich. Und, ähm, ja, mein Problem ist jetzt ein bisschen, dass ich kein schönes Braun habe für diesen Fleck. Ähm, und deshalb nehme ich jetzt, ähm, dieses Braun, das ist Umbra, gebrannt, und versuche einfach mal, äh, um das Auge herum zu zeichnen, wobei, ähm, ich mir das trotzdem so lasse, immer dunkler zu werden, wenn es sein muss. Auch das Auge selbst, das müsste ich eigentlich ein bisschen besser betonen. Aber ich habe Angst, dass ich da, weil die Augen sehr wichtig sind, dass ich da irgendwas versaube. Das wollen wir ja nicht. Und mit diesem Braun mache ich jetzt diesen Fleck hier um das Auge herum. Und hier bleibt es relativ hell. Ihr seht das ja. Das können wir aber trotzdem nicht so lassen. Und da muss ich mich jetzt für irgendeine Farbe entscheiden, und ich habe keine richtig schöne. Also es wird so ein Mischmasch, so ein Mischmasch-Braun. Aber das ist nun mal so. Manchmal hat man einfach nicht die richtigen Farben, dann muss man als Künstler möglichst das Beste daraus machen. Aber ihr seht, das wird schon was. Das ist der Fleck vom Hund. Ich wollte einfach mal so einen zeichnen. Natürlich gibt es auch andere Mini-Bullteria, die diese Flecken nicht haben. Aber mir hat das einfach so gut gefallen. Wie gesagt, ich habe das gegoogelt, habe ein paar solche Fotos gesehen von Kunden, die einen süßen Augenfleck haben. Und da habe ich mich gleich verliebt. Selten mache ich das in den Kinderbüchern. Interessanterweise, ich mache ja Kinderbücher für die ganz Kleinen. Interessanterweise mögen das die Verlage nicht so, wenn man Flecken im Gesicht macht. Oder zumindest ist es mir bis jetzt nur so vorgekommen. Vor allem, wenn zum Beispiel der Hund jetzt irgendwie die Hauptrolle spielt. Bei Bilderbüchern ist es was anderes. Da kann man auch ein bisschen comichafter werden. Aber so im ganz kleinen Kindbereich hatte ich bis jetzt einfach nicht die Gelegenheit Augenfleck zu machen. War nicht so erwünscht, leider. Und deshalb tobe ich mich jetzt so richtig aus. Hier möchte ich auch den Bauch weiß lassen, weil mir das einfach gefällt. Aber trotzdem lasse ich mir hier nicht diesen Fleck. Also den mache ich gerne. Das Papier, das ich benutze, ist nicht gut dafür. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe von meinen Kinderbüchern vom Malen habe ich einfach ein Schnipsel übrig gehabt und das habe ich jetzt schnell genommen. Das ist aber nicht das beste Papier für Buntstiften. Also eigentlich müsste das Papier für Buntstifte viel glatter sein. Aber das euch jetzt zu erzählen ist ein bisschen kontraproduktiv. seht ihr schon richtig. Ja, jetzt gehe ich wieder mit diesem Stift rein um das Bein besser zu machen und hier ein bisschen mehr Verlauf reinzubringen, ein bisschen feiner. Ich hätte gerne ein richtig schönes dunkelbraun. aber es geht trotzdem. Also ich finde es geht. Und hier drüber können wir das gerne auch schwarz machen. Mit Verlauf natürlich. Also immer schön mit Verlauf machen. Von dunkel nach hell und so weiter. Nicht so hin klatschen, sondern so ausarbeiten. Ja und den Schwanz machen wir natürlich auch, wobei ich da auch gerne so einen schwarzen Fleck hier lasse. Hier machen wir auch ganz feinen Verlauf. Seht ihr alles? Grüßen wollte ich jemanden und zwar hat sich das jemand gewünscht, das ist die MSP Gott Girl. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. Ihr habt ja richtig besondere Namen auf YouTube. Ich meine das muss auch sein, das gehört dazu, aber manche sind schwierig zum aussprechen und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig mache. Also Verzeihung wenn nicht, aber ich hoffe du hast dich erkannt. Also MSP Gott Girl, liebe Grüße, danke dass du dokumentiert hast, überhaupt danke an alle die kommentiert haben, danke euch für ein großartiges 2017, ich habe ja dieses Jahr praktisch angefangen im Januar mit meinem ersten Video und ich bin begeistert wie viele meiner Videos so beliebt geworden sind, mir ist schon klar, dass so ihr habt mich so toll unterstützt danke dafür ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Jahr also ich habe dieses Jahr das kann ich euch jetzt erzählen zum ersten Mal 100 Euro mit YouTube verdient jetzt am Ende des Jahres wurden die ausbezahlt das war noch nie mein Ziel also es war nicht mein Ziel hier Geld zu machen sondern einfach mal dieses Medium auszuprobieren YouTube auszuprobieren zu zeichnen also für digital praktisch das wiederzugeben und hier mache ich jetzt noch so einen süßen Fleck weil mir das so gefällt und hier auch weiter ja und fürs nächste Jahr freue ich mich sehr also ich werde weiterhin zeichnen genauso wie bisher es kann sein dass ich auch mal male also wirklich was für euch male und zeige wie ich male aber das muss ich noch vorbereiten da muss ich mir überlegen ich male andauernd aber eben für Aufträge das ist eine andere Technik und ich bin mir gar nicht sicher ob das für euch hier relevant ist weil das sehr professionell ist also das was ich da wirklich professionell zeichne ist auch nicht so leicht nachzumachen und ob ihr da so viel daraus lernt bin ich mir gar nicht sicher also ich habe selbst als jung war ein kind war mit diesen zeichnungen angefangen also gemalt habe ich später also zumindest nicht das was ich jetzt habe ich einen stift verloren und somit den faden verloren auf jeden Fall habe ich vieles vorbereitet was ich im neuen Jahr machen möchte freue mich natürlich immer auf eure Kommentare ihr seht das ist auch ein Wunsch von einem Mädchen das sich das so gewünscht hat dass ich das zeichne ich habe mir auch alle Wünsche aufgeschrieben also bitte die Wünsche die noch nicht dran waren nicht verzweifeln ich habe es mir alles aufgeschrieben das kommt alles dran ich hatte nur in letzter Zeit einfach so wenig Zeit und habe einfach jetzt diesen Hund genommen weil mich das selbst so interessiert hat ich werde alle Wünsche versuchen nochmal umzusetzen im neuen Jahr bleibt bitte dabei ihr dürft gerne wieder Wünsche äußern und danke euch feiert schön euch wünsche ich ein gesundes glückliches neues Jahr viel Zeichen Lust und viel viel Gesundheit Glück und Liebe Alles Liebe eure Danny Tschüss